Hallo liebe Leute, diesmal wieder ein Ankündigungsvideo, aber zum Glück kein Kanalwechsel, aber ich habe anzukündigen, dass der Let's Play von Duke Nukem Forever jetzt jeden Dienstag und Freitag folgt. Ich habe dieses auch schon auf meinem Kanal gepostet, nur es scheinen noch nicht alle gesehen zu haben. Und eine weitere Sache zu diesem Let's Play und zwar am Freitag, also morgen, dem 19. Oktober 2012 folgt ja die nächste Let's Play Folge, aber mit einem Gast. Wer das genau sein wird, das werdet ihr dann sehen. Des Weiteren werde ich zwischendurch die Projekte von Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 weiterführen. Also zwischendurch, wenn ich Zeit habe, Lust habe und so weiter, wenn sich eben die Begebenheit ergibt, mache ich das. Und ansonsten komme ich zum Thema, weshalb ich auch dieses Video mache. Und zwar habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich als nächstes jetzt playen möchte. Und da habe ich jetzt drei Spiele ausgesucht und zwar Alice Madness Returns, Limbo und Duos X Human Revolution. Diese drei Spiele werde ich let's playen. In welcher Reihenfolge weiß ich noch nicht, aber es wird geschehen, also das steht fest. Und ihr könnt euch dann schon mal darauf freuen. Ja, ansonsten wir sehen uns dann in den Let's Plays und ich wünsche euch noch schöne Tage. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020